Die große Geschenke-Schule. Spezial zum Thema Notebooks, PC und Hardware. Herzlich willkommen an der Stelle. Ja, Technik gibt es heute hier für Sie. Und die gibt es zu Geschenke-Preisen. Ist das nicht schön? Natürlich, Technik steht ganz weit oben auf den Wunschzetteln. Und vielleicht haben Sie da auch noch einige Wünsche offen. Da muss es jetzt schnell gehen. Und da haben wir gesagt, natürlich, da machen wir noch mal eine Sondersendung für Sie an dieser Stelle. Innerhalb von zwei bis drei Tagen sind dann die tollen Notebooks bei Ihnen zu Hause. Und da haben wir noch mal kräftig reduziert. Das heißt, schnell zu greifen. Und hier stehen drei tolle Notebooks für Sie. Perfekt aufgereiht auf der Bühne, die Sie sich jetzt schnell noch nach Hause holen können. Und die sind wirklich fantastisch. Aus dem Hause Hewlett-Packard kommen diese tollen Geräte. Und mein Kollege Ralf Jansson steht hier schon neben mir. Der hat die hier mal schön vorbereitet für Sie. Ja, es sind drei faszinierende Geräte. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Das erste, das Einstiegsmodell, obwohl der schon hervorragend ausgestattet ist. Und dann steigern wir uns zu einem High-End-Rechner der Extraklasse mit Leistungsdaten, die ich ganz, ganz selten bei einem Laptop mal gesehen habe. Jetzt müssen wir natürlich vorher schon sagen, das sind alle drei keine Neugeräte. Es sind geprüfte Leasing-Rückläufer. Die sind aber von Neugeräten so gut wie nicht zu unterscheiden. Und was sind geprüfte Leasing-Rückläufer? Unseren neuen Zuschauern einmal kurz erklärt. Große Firmen, die kaufen ihre Rechner nicht. Die brauchen die in großer Stückzahl, 100, 200, 500 Stück. Die leasen diese. Und das macht man aus steuerlichen Gründen, weil eine Leasingrate ist monatlich absetzbar. Nach der Leasingzeit, meist zwei Jahre, gehen diese Rechner dann zu unserem Partner. Einen der größten europäischen Refurbisher, nennt sich das. Ich würde es gerne mit Generalüberholer übersetzen. Und dort werden die auf Herz und Nieren geprüft. Optisch als auch technisch. Und nur, wenn jeder einzelne Prüfschritt mit 1a-Bewertung durchlaufen wird, dann kommen die Rechner für uns in Frage. Sie haben also ein Markenprodukt zum Schnäppchenpreis, also zum Bruchteil des Neupreises, mit der Gewissheit, dass es von einem Neugerät fast nicht zu unterscheiden ist. Und die Handhabung ist auch wie bei einem Neugerät, weil zum Beispiel das Betriebssystem ist frisch für Sie aufgespielt. Und Sie haben auch 24 Monate Gewährleistung. Ist das nicht toll? Ja, da sehen Sie schon unser erstes Gerät hier. Dieses tolle HP ProBook hat normalerweise einen Neupreis von so 1.000, 1.100 Euro. Und das bekommen Sie jetzt hier bei uns als geprüften Leasingrückläufer für 259,50 Euro. Ist das nicht toll? 259,50 Euro. Das ist doch mal ein toller Preis als Geschenk zum Beispiel. Vielleicht für die Kinder, für die Enkelkinder. Haben die sich sowas gewünscht? Da kann man jetzt auf die Schnelle mal eben so einen riesen Wunsch erfüllen, so ein riesen Schnäppchen machen. Und Sie bekommen ja hier in der Sendung wirklich auch super preisreduzierte Geräte nochmal durch den TV-Sonderpreis. Kann ich Ihnen zeigen, weil bei Pearl.de, wenn Sie da gerade draufklicken würden, da würden Sie sehen, einen Preis von 300 Euro. Da sehen Sie, allein mit dem TV-Sonderpreis jetzt nochmal 40 Euro hier gespart. Das gilt natürlich jetzt für diese Sendung jetzt hier für Sie, wenn Sie jetzt telefonisch bestellen, nochmal diese 40 Euro gespart. Bis zu zwei Stunden nach dieser Sendung gilt dieser tolle reduzierte TV-Sonderpreis. Beziehungsweise, muss ich auch sagen, solange der Vorrat reicht. Weil der wird natürlich jetzt gerade, wenn man da was sucht, die Enkel haben vielleicht so ein bisschen Druck gemacht. Haben gesagt, komm, bitte Opa, Opa, ich habe es mir so gewünscht. Spätestens bei der weiterführenden Schule macht das auch Sinn. Du kennst das, ne? Da brauchen die Kinder. Meine Enkel sind noch nicht auf den weiteren Führernschulen, aber ich kenne das noch von meinen Kindern. Und es ist heutzutage einfach notwendig. Und das ist jetzt ein Rechner der Extraklasse, ein Markenprodukt, auch mit unglaublich tollen Leistungsmerkmalen. Einen i3-Prozessor, hier Windows 10 für Sie frisch lizenziert, aufgespielt. Wir haben einen ausreichenden Arbeitsspeicher mit 4 GB, aber jederzeit auch noch durch zusätzliche Steckplätze auf 16 GB erweiterbar ist. Eine riesengroße Festplatte mit 320 GB. Und da sehen wir das übliche DVD-Brenner-Cardreader, tolle Grafikkarte, LAN-WLAN-Fähigkeit, selbstverständlich. Und auch die Möglichkeit, über das Handynetz, also per UMTS, hier ins Internet zu gehen. Also alles, was man sich eigentlich von so einem Einstiegsmodell wünscht, obwohl das kein Einstiegsmodell ist, das ist weit drüber hinaus, ein Markenprodukt mit dieser intelligenten Prozessorentechnik, liegt eben normalerweise um die 1.000 Euro und mehr. Und hier jetzt für 259,50 Euro, das ist ein Riesenschnäppchen. Und ich weiß, da werden die Augen funkeln und leuchten. Das ist ja sowas da, man weiß, die Kinder brauchen das, irgendwann vielleicht schenkt man ihnen das. Aber wenn es dann 1.000 Euro kostet, einfach mal so 1.000 Euro aus dem Ärmel schütteln, ist nicht so ganz einfach, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber bei 259,50 Euro, da bietet sich das natürlich an, jetzt zuzugreifen. Und wir garantieren auch, es kommt ganz, ganz sicher vor Heiligabend zu Ihnen und Porto und Versand kostenfrei bis vor die Haustür geliefert. Mit selbstverständlich 24 Monaten Gewährleistung für dieses tolle HP Pro Book. Und ich drehe das einmal um für Sie, ich zeige Ihnen das auch einmal, weil Sie möchten das wahrscheinlich auch einmal anschauen. Das ist wirklich wunderschön. Ich meine, die Technik, die wir hier haben, dieses HP Pro Book, das ist was ganz Fantastisches. Ich meine, HP steht für eine ganz, ganz tolle Marke hier, eine Langlebigkeit, eine Robustheit auch einfach. Das wissen wir alle, glaube ich. Da müssen wir ja auch gar nicht viel zu sagen, dass das eine ganz fantastische Marke ist. Hier ist auch noch wichtig, dass HP hier extra Industrie-Rechner herstellt. Das ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es einen Unterschied, ob das für zu Hause, also eben über den ganz normalen Einzelhandel geht, oder ob es für die Industrie gefertigt worden ist. Weil, was meinst du, was die für Rückmeldungen bekommen würden bei großen Firmen? Da irgendwelche Pannen, wenn es Pannen gäbe und die Rechner laufend Ärger machen würden. Deshalb ist das ausgeschlossen. Und die sind auch alle, da kann man wirklich drauf zählen, noch mal besser überprüft, noch mal schneller in der Arbeit. Und so habe ich hier einen wirklichen Hochleistungsrechner, 14 Zoll Größe übrigens mit HD-Auflösung, zum wirklich super günstigen Preis. Also da muss ich sagen, das ist wieder so ein Modell. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt mehr als zu 100 Prozent. Und der wird auch ruckzuck ausverkauft sein, wahrscheinlich noch im Laufe dieser Woche. 259,50 Euro. Ihr TV-Sonderpreis jetzt und die nächsten zwei Stunden. Das heißt für Sie bitte, wenn Sie sich für dieses tolle Gerät entscheiden, gleich anrufen unter der 0180 51 51 3x2. Oder auch online bestellen, geht selbstverständlich auch, wenn da in den Leitungen gerade viel los sein sollte. Das bestellen ja jetzt momentan ganz, ganz viele Weihnachtsgeschenke hier bei uns. Da ist immer das Aufkommen in den Telefonleitungen erhöht. Dann natürlich auch gerne online bestellen. Dann bekommen Sie den nach Hause. RR 13 69 569 noch mal die Bestellnummer. Wir haben auch noch zwei weitere Geräte hier bei uns im Studio stehen. Ralf hat es schon gesagt, wir steigern uns ein bisschen von der Leistungsfähigkeit der Geräte. Wenn Sie jetzt sagen, das Gerät soll noch besser ausgestattet sein, das soll noch ein bisschen größer auch sein. Manche mögen natürlich auch größeren Monitor bei den Geräten. Dann kommt hier das nächste Gerät für Sie in Frage. Und da haben wir hier schon wirklich ein schönes Gerät. Ui, 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 ui. Das ist natürlich auch was ganz, ganz anderes. Riesig. In 90 Prozent unserer Sendungen wäre das jetzt das High-End-Produkt. Weil das ist ein High-End-Rechner, wenn wir uns nachher mal die technischen Daten anschauen. Natürlich auch eine HP, ein Elite-Book hier. Aber jetzt die Größe, die viele, viele bevorzugen. Hier 17,3 Zoll. Also knapp 44 Zentimeter in der Bildschirmdiagonale. Und auch bei der Auflösung haben wir noch eine Schippe draufgelegt. Das ist jetzt HD+. Man sagt auch WXGA-Auflösung dazu. Das ist also noch mal schärfer als jetzt der erste. Also Riesenbildschirm. 17,3 Zoll. Und Technik, die auch riesig ist. Bei der Artikelbezeichnung oben, den 8760W. Dieses W ist auch ganz wichtig, weil das steht für Workstation. Das ist im Prinzip ein mobiler Desktop-Rechner. Das wird beim nächsten noch mal getoppt. Aber hier, schauen wir mal auf die Leistungsmerkmale. Also den i5-Prozessor, der ist hervorragend. Windows 10 Professional. Jetzt kommen wir zu absoluten Hammerdaten. Arbeitsspeicher. Doppelt so groß als normal. 8 GB erweiterbar. Bis zu 32 GB. Dann haben wir eine sogenannte Hybrid-Festplatte von einem Tera-Byte. Das sind 1000 GB SSHD. Das heißt, hier sind praktisch auf der SSD, auf der elektronischen Seite, sind die Betriebssysteme und wichtigen Programme gespeichert. Und Bilder, Musik und Ähnliches wird auf der HDD-Version hier gespeichert. Sodass du auf die wichtigen Produkte ganz, ganz schnell Zugriff hast. Grafikkarte. Auch noch mal erwähnt. Da zahlt man normalerweise, wenn man die nachträglich kauft, auch richtig viel Geld dafür. Die ist hier mit drin. Eine ATI Fire Pro mit einem Gigabyte extra Arbeitsspeicher. Unten sehen wir noch etwas Interessantes zum Thema Sicherheit. Fingerscanner. Das ist ein Fingerabdruck-Lesegerät. Und damit kann ich diese Workstation jetzt vor fremdem Zugriff natürlich sichern. DVD-Brenner ist mit drin. Und Antiviren-Software ist übrigens auf allen drei installiert hier, voll lizenziert für ein Jahr. Und das ist ein Rechner, der die allermeisten schon unglaublich begeistern wird. Und jetzt haben wir hier noch zwei, weil ich immer wieder zwei Optionen oder zwei Tatsachen, die ich noch erwähnen muss, weil man immer wieder sagt, oder will wir sagen, die sind vom Neugerät fast nicht zu unterscheiden. Hier ist das auch noch mal ein bisschen getoppt, weil zum Beispiel diese Festplatte mit einem Terabyte und der Akku sind fabrikneu eingebaut. Das heißt, diese Teile sind nagelneu. Und hier haben wir gerade gesehen, wie man das mit dem Fingerabdruck einstellt. Das ist auch ganz interessant. Das ist ja oftmals ein Problem, Passwörter. Man nimmt so Geburtstag der Kinder oder Namen der Kinder oder sowas. Das ist immer zu knacken. Oder man vergisst es, dann steht man auch wie Oxenberg vor dem Rechner. Einen Fingerabdruck kannst du weder knacken, noch kannst du ihn vergessen. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Option hier bei diesem wunderschönen, mächtigen Rechner hier, der wirklich alle Leistungsdaten hat. Und jetzt schau mal bitte auf die unverbindliche Preisempfehlung. Und dann wirst du zu schätzen lernen, was das für ein TV-Sonderpreis ist. Knapp 2500 Euro Neupreis für so eine Workstation hier. Sie sehen es, groß und unglaublich leistungsstark mit unglaublich viel Speicherplatz selbstverständlich auch. Das hat es gerade erwähnt, einige Teile sogar bei diesem geprüften Leasing-Rückläufer neu eingebaut. Und haben Sie den TV-Sonderpreis entdeckt? 599,50 Euro. Das ist natürlich hier ein spezieller Preis, auch für Sie, für diese Sendung. Wir schauen da einmal zu, pearl.de. Da schon richtig günstig für 650 Euro knapp. Hier nochmal 50 Euro Preisnachlass mit dem TV-Sonderpreis. 50 Euro, die Sie einfach so sparen durch den TV-Sonderpreis. Aber das geht nur hier und jetzt und nur die nächsten zwei Stunden. Bitte, wenn Sie sagen, genau das habe ich gesucht, es soll groß sein, es soll leistungsstark sein, dann hier bestellen mit der RF 1375 und der 569. Das ist wirklich ein Wahnsinnsgerät. Ich kann auch hier Ihnen gerne nochmal so ein bisschen was zeigen. Man möchte ja auch mit dem Auge so ein bisschen schauen, was man da nach Hause bekommt. Super genial, oder? Allein dieses große, große Tastenfeld, das wir hier haben, dann ist das alles in dieser leichten, gebürsteten Edelstahl-Optik gehalten. Also das ist wirklich schon sehr elegant, sehr, sehr schick das Ganze. Ich meine, ich finde es auch wichtig, die Leistungsdaten, weil viele haben als einzigen Rechner noch den Laptop. Und dann muss man natürlich auch schauen, dass man damit richtig arbeiten kann. Das kann man auch Grafikbearbeitung durch, die tolle Grafikkarte, aufwendige Spiele kannst du damit spielen. Und wenn dir die Leistungsdaten nicht reichen, hier, kannst du ja immer noch für kleines Geld hier den Arbeitsspeicher auf bis zu 32 GB tunen. Also das ist wirklich der absolute Hammer. HP mit der Workstation. Ich glaube, jeder HP-Fan träumt davon, mal eine Workstation, Elite-Book-Workstation zu Hause zu haben. Aber normalerweise ist es eben nicht bezahlbar. Wir machen es wieder mal bezahlbar. Egal ob für sich selber oder natürlich als Geschenk für eben die Kinder oder die Enkel. Da ist das natürlich perfekt. Natürlich, wenn man da sowas auf den Schreibtisch stellen kann, dann sehr schön. Oder zum Mitnehmen für 599,50 Euro jetzt. Da heißt es schnell, wir haben gerade ganz stark nachgefragt. Ist jetzt schon auf begrenzt. Oh mein Gott, wenn Sie den noch haben wollen. Jetzt schon auf begrenzt. Also hier, das ist wirklich ein Gerät. Ja, natürlich bei dem Neupreis. Viele haben sich wahrscheinlich auch im Vorfeld schon informiert jetzt. Deshalb RF 1375 569 schon auf begrenzt. Da muss man dann schnell sein. Der wird wahrscheinlich dann ausverkauft sein in den nächsten Minuten. Und wir haben aber noch eins. Und Ralf hat gesagt, das ist jetzt wirklich der Wahnsinn in dieser Sendung. Da sind wir jetzt gespannt. Möchtest du mal einen Vergleich starten? Also angenehm, du blätterst ein Automagazin durch. Und da ist irgendwo so eine super Luxus-Wahnsinns-Karosse, die du dir anschaust und die Leistungsdaten liest. Und denkst, wow, ist das der Hammer. Kann ich mir aber niemals leisten. Das wäre der Rechter im Auto. Wenn der in einem Computer, Zeitung dargestellt wird, mit den Leistungsdaten, dann sagt man, Mensch, ist das der Hammer. Aber den kann ich mir nicht leisten. Doch, man kann ihn sich jetzt leisten. Wir schauen nachher mal auf die unverbindliche Preisempfehlung. Aber jetzt sprechen wir erst mal über die Leistungsdaten. Das ist im Prinzip ein Desktop-Rechner to go. Desktop-Rechner, wissen wir, sind immer noch ein bisschen besser ausgestattet, weil die ja feststehen, die müssen nicht so flexibel sein. Und das ist jetzt schon allein der erste Wert, den ich Ihnen sage, haben Sie wahrscheinlich an einem Laptop noch nie gesehen. Das ist ein i7-Prozessor mit einer 4-Kern-Taktung. Also ein 4-Kern i7-Prozessor mit einer Turbo-Taktung. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. 4 mal 3,7 Gigahertz. Aber es geht noch weiter. Windows 10 Professional selbstverständlich. Schau dir mal den Arbeitsspeicher an. 24 Gigabyte. Die sind schon drin. Da musst du nichts mehr machen. Doch, es sei denn, du willst doch erweitern auf 32. Auch das ist möglich. Hier sogar zwei Festplatten eingebaut. Und zwar wirklich getrennt. Einmal die SSD, wie gesagt, für die wichtigen Programme, die schnell Zugriff erfordern. Und die 750 Gigabyte HDD für eben das, was ein klein wenig mehr Zeit hat. Aber mehr Zeit reden wir jetzt von einer zehntel Sekunde mehr. Betriebssystem. Wenn du den hochfährst, in nicht mal 10 Sekunden ist er oben. So, ein Highlight jagt das andere. Schau mal hier. Die Grafikkarte. Ein Nvidia Quadro. Und jetzt müssen wir wissen, die Gamer, das ist sowas, was man für 200, 300 Euro nachkauft. Mit 4 Gigabyte extra Arbeitsspeicher. Boah, das ist ja unglaublich. Ein DVD-Brenner, ein Cartreader. Ja, auch das ist hier alles drin. Also ein Highlight nach dem anderen. Und das ist wirklich eine Workstation der Extraklasse mit Werten, die man an anderer Stelle an keinem Laptop findet, sondern höchstens mal am fest installierten Schreibtischrechner, also am Desktop-Rechner. Und für ein Notebook ist das ein absoluter Hammer. Ich habe hier bei uns schon viele Notebooks vorgestellt, aber solche Leistungsdaten hatten wir noch bei keinem einzigen Notebook. Das ist der Wahnsinn, oder? Haben Sie das gesehen? Also auf 24 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das ist ja unglaublich. I7 in der Vierkentaktung. Das ist ja der Wahnsinn, was wir hier haben bei diesem tollen Gerät. Und jetzt muss ich Ihnen auch mal zeigen. Der sieht so scharf aus. Hier einmal natürlich von vorne wieder hier diese gebürstete Edelstahloptik, die wir hier überall haben. Super toll das Ganze. Und ich muss ihn einmal ganz kurz für Sie umdrehen, weil das müssen Sie auch von hinten gesehen haben. Der leuchtet. Und der hat ja auch diese wunderschöne Rückseite. Ich muss es einmal hier ganz kurz drehen, damit Sie das sehen. Gucken Sie mal. Oh, mit dieser Haptik. Das ist der Wahnsinn. Das muss man einfach nur mal anfühlen, dieses HP-Logo. Oh, das ist so schön. Das ist der Wahnsinn. Ich bin hier hin und weg. Schauen wir uns mal, was ein Notebook-Check zu diesem HP sagt. Und da sehen wir das. Also die Schlagzeile ist, dass das wirklich, oh, wichtig, siehst du, habe ich auch noch vergessen. Dream Color, das Display, ist nicht nur Full HD, sondern man sieht es, glaube ich, auch im Unterschied hier, wenn die nebeneinander stehen. Hat eine unglaubliche Auflösung. Und das können Sie gerne auch mal im Internet nachlesen, wenn Sie möchten. Das ist eigentlich eine Lobeshymne von Anfang bis Ende mit einer unverbindlichen Preisempfehlung damals von 4.300 Euro. Das ist etwas, was man sich normalerweise nicht kauft als Privatmann. Aber jetzt kann man es sich leisten. Sie können jetzt einen No-Name mit den Leistungsdaten für doppeltes Geld im Laden kaufen. Oder Sie holen einen HP mit einer Leistungsdichte, die seinesgleichen sucht. Und vor allem, man ist da ja auch wirklich zukunftsorientiert ausgestattet. Und wie günstig unser TV-Sonderpreis heute ist, das zeigen wir Ihnen auch noch mal mit einem Live-Blick auf Pearl.de. Und da sehen wir es. Knapp 1.300 Euro bei Pearl.de. Hier mit dem TV-Sonderpreis eben noch mal schlank weg. 100 Euro gespart. 1.199,90 Euro. Jetzt der TV-Sonderpreis. 100 Euro einfach so, weil Sie jetzt clever eingeschaltet haben, unsere TV-Sonderpreise, die lohnen sich immer richtig. 100 Euro mit einem TV-Sonderpreis mal eben so gespart, weil Sie schlauer Pearl-TV-Zuschauer sind. Das ist einfach immer eine tolle Sache. Denken Sie mir bitte an die 569 am Ende der Bestellnummer, dass Sie auf jeden Fall hier den TV-Sonderpreis bekommen. Und die 100 Euro Preisersparnis mit dem TV-Sonderpreis. Weil Sie haben es gesehen, wir haben bei Notebook Check geguckt, das Gerät normalerweise unverbindliche Preisempfehlung. Knapp 4.300 Euro. Das ist natürlich eine Hausnummer. Aber bei den Leistungsdaten, die das hat, ist es natürlich auch, wie du sagst, das ist wie ein richtig leistungsstarker Desktop-PC, den man sich hinstellt allein, um wirklich richtig zu arbeiten. Um da wirklich ein Gerät zu haben mit wahnsinnigen Leistungsdaten, um da auch alles dran zu machen. Da bist du ja auch wirklich zukunftsorientiert ausgestattet. Jetzt muss man sagen, auch gerade für Gamer, Leute, die gerne Spiele spielen. Erstens mal diese Full-HD- und Dream-Color-Auflösung sorgt dafür, dass du unglaubliche realistische Darstellungen hast. Dann diese 4 GB extra Grafikkarte, die sorgt dafür, dass die Grafik auch schnell genug aufgebaut wird. Und natürlich die 24 GB Arbeitsspeicher mit, in Verbindung mit dem 4-Kern-i7-Prozessor, sorgt dafür, dass du wirklich auch mehrere Programme parallel ohne irgendwelchen Leistungsverlust bearbeiten oder spielen kannst. Und das ist ein Traum von einem Rechner. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, der Luxussportwagen in der Mitte eines jeden Magazins für Autos, das ist dieses Gerät, wenn es um Notebooks geht. Und ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen, denn unsere RF 1375, hier unser mittleres Gerät, begrenzt und so stark nachgefragt. Wenn Sie das noch haben möchten, dann müssen Sie bitte ganz schnell zugreifen. Unser tolles HP Elitebook hier, RF 1375 569, schon auf begrenzt, fast ausverkauft. Und hier ganz fantastisch natürlich unser HP Elitebook RF 1410 und die 569 mit dieser Wahnsinns-Ausstattung. Jetzt zum super TV-Sonderpreis. Alle Produkte der Sendung auch noch mal unter www.pearl.tv zum Nachlesen. Und Sie bekommen jetzt die TV-Sonderpreise. Das sind Wahnsinnsgeschenke, die dürfen Sie nicht verpassen.